Wir begrüßen Sie im 3-Sterne Superior Wellness Hotel Waldblick. Genießen Sie entspannte Urlaubstage am Nationalpark Bayerischer Wald. In gepflegtem Ambiente warten auf Sie im modernen Landhausstil eingerichtete, komfortabel ausgestattete Zimmer in verschiedenen Kategorien. In unserem gemütlichen Restaurant servieren wir Ihnen kulinarische Köstlichkeiten. Lassen Sie in unserem Kaminzimmer den Tag genüsslich ausklingen. Erholen Sie sich ausgiebig von Stress und Alltag. Hauseigene Wellnessanwendungen und Fitnessmöglichkeiten lassen Sie abschalten und Kraft tanken. Unser Landhotel ist der ideale Ausgangspunkt für unvergessliche Ausflüge, reizvolle Wanderungen und sportliche Aktivitäten. Wir bieten zu jeder Jahreszeit Erholung für Körper, Geist und Seele. Wir freuen uns auf Ihren Aufenthalt.